Prinz William plus Prinz Harry, Weihnachten 2018 die Farbfuhr entzweit haben. Sie wurden als Farbfuhr, zu Deutsch, Fantastische Vier, von den Medien gefeiert. Als Prinz Harry, 38, im Mai 2018 mit Mekan Makel, 41, vor den Trau Altar trat. Jubelten Royal Fins weltweit und freuten sich auf die neue Speerspitze einer Monarchie im Wandel. Der Herzog und die Herzogin von Sus X im Doppelpack mit Prinz William, 40, und der heutigen Prinzess of Wales, 41, galten als unschlagbares Dreamteam, das die Krone wieder im Hochglanz erstrahlen ließ. Ein Trugschluss, wie man heute weiß. Bekannt ist nun auch dank des Geschäftsführers der Archivell Stiftung der Exil Royals. Wann erste Risse sich zu einem ernst zunehmenden Bruch zwischen den Paaren ausweiteten. Erste ernst zunehmende Anzeichen gab es laut James Holt bereits zur Weihnachtszeit 2018. Dabei zeigten sich William, Harry und ihre Frauen beim traditionellen Kirchgang in Sandringham noch einträchtig und bester Laune. Eine gekonnte Maskerade, denn nur kurz zuvor hatte sich die Spreu vom Weizen bereits getrennt. Jedes Jahr veranstaltet der Kensington Palast eine Weihnachtsfeier für die Direktor, innen und die Mitarbeiter, innen. Und so bereiteten wir uns auf eine große Party vor und kurz vor der Party wurden es zwei Partys, erklärte der Sus-Ex-Angestellte, der zu jenem Zeitpunkt noch Kommunikationsleiter der Royal Foundation war. In deren im Dezember 2022 erschienen Netflix-Dokumentation Harry und Meg Han. Eine Zäsur. Eigentlich war das der Punkt, an dem man merkte, dass sich diese Ämter trennen. Gerüchte über eine Entfremdung der Fab-Fuhr waren bereits zuvor immer einmal wieder aufgetaucht. Spekulationen, denen die jungen Royals mit demonstrativem Einvernehmen entgegentraten. Gute Miene zum bösen Spiel. Das Weihnachtsfest verbrachten die Cambridges und Sus-Exes noch mit dem Rest der königlichen Familie auf Sandringham. Nur einige Monate später machten sie ihre Differenzen indirekt öffentlich, im März 2019 gab der Palast die Trennung der Haushalte der beiden Brüder bekannt. Das gemeinsame Presse- und Social-Media-Team wurde auf zwei Büros aufgeteilt. Harry und Meg Han verließen den Kensington Palast. Zogen mit ihren Mitarbeiter, innen in den Buckingham Palace und privat ins Frugmore Cottage. Dessen Nutzungsrecht ihnen von Queen Elisabeth, 96, ein Jahr zuvor zur Hochzeit geschenkt worden war. Nur wenige Wochen später gingen die Paare auch im Netz neue Wege, die Sus-Exes überraschten mit einem eigenen Instagram-Kanal. Zuvor hatten sie über den gemeinsamen Account at Kensington Royal mit William und Kate über Auftritte und Projekte informiert. Der Anfang vom Ende? Vermutlich. Im Januar 2020 gaben Harry und Meg Han ihren Rückzug aus den royalen Pflichten bekannt. Ließen sich zunächst in Kanada nieder, bevor sie dann in den USA ihr Familienglück suchen wollten. Aufsehen erregen sie im selbstgewählten Exil bis heute und schüren die Aufmerksamkeit für die königliche Familie auf ihre eigene, Ziemlich offenherzige Art ein Interview mit US-Docshow-Moderatorin Oprah Winfrey. 69, löste nach dem Exit ein unerwartetes Nachbeben aus. Dabei sollte es allerdings nicht bleiben. Mit der eigenen TV-Doku und Harrys Memoiren unter dem Titel Spare, zu Deutsch, Reserve, brachten sie die Palastmauern erneut empfindlich zum Wackeln. Mit Spannung wird der Auftritt des jüngsten von König Charles, 74, bei den Krönungsfeierlichkeiten im Mai 2023 in der Westminster-RP erwartet. Ein Lächeln zwischen den einst so vertrauten Brüdern Harold und Willi ist nicht mehr zu erwarten. Vielleicht noch nicht einmal mehr ein Handschlag. Verwendete Quelle, Netflix-Dokumentation Harry und Meg Han.